Mehr als ein Jahr Krieg in der Ukraine und auch heute wollen wir uns die militärische Situation im Land ansehen. Und wir wollen uns zuallererst wieder die Schlacht um Bachmut ansehen, denn diese Stadt ist tatsächlich die Schicksalsschlacht für beide Seiten. Obwohl Russland die Stadt mittlerweile zu 30 Prozent erobert hat, will die Ukraine sich nicht zurückziehen. Und wir haben sogar Informationen von ukrainischer und russischer Seite, dass die Ukraine neue Truppen in die Stadt bringt, um sie eben zu behalten. Das heißt, der symbolische Wert von Bachmut, so heißt die Stadt nämlich, scheint so wichtig zu sein, dass eben beide Seiten um jeden Preis darum kämpfen wollen. Und wir haben hier ein neues Video der russischen Nachrichtenagentur Ria Novosti. Das heißt also, das ist eine staatliche russische Nachrichtenagentur, die eben Drohnenvideos der eigenen Armee kriegt. Und wir sehen, wie tief mittlerweile in Bachmut die Kämpfe toben. Denn was wir immer bisher gesehen haben, waren diese Einfamilienhäuser, Gegenden sozusagen. So auch hier und hier sehen wir auch den verschiedenen Rauch, den wir jetzt gleich sehen und da sehen wir, was beschossen wird. Aber im Hintergrund, wir sehen es hier schon, das ist das Zentrum von Bachmut. Das sind die großen Häuser eben mit 10, 15 Stockwerken, die eben dort bald offenbar möglicherweise zumindest in den Fokus der Kämpfe geraten. Und was wir hier sehen, ist ein ukrainischer Schützenpanzer vom Typ BMP-2. BMP-2 also, eine sowjetische oder russische Bauart. Und der wird hier getroffen von eben den russischen Truppen. Zuerst wird er getroffen mit einer Panzerabwehrrakete und danach gibt es weitere Mörser, die auf ihn geschossen werden. Das heißt, wir können sehen anhand dessen, was hier passiert. Nämlich jetzt sehen wir die Mörser, die darauf geschossen werden, wo sich genau die Front befindet. Wir befinden uns hier im Süden von Bachmut und wir sehen tatsächlich, wie die Kämpfe sich immer weiter in Richtung Zentrum verschieben. Wie also die ukrainische Armee sich, ja leider muss man sagen, seit Monaten langsam, sehr, sehr langsam auch innerhalb von Bachmut zurückzieht. Und eben, ja teilweise ein, zwei Straßenzüge am Tag verliert. In diesem Tempo dauert es natürlich noch Monate, ehe Russland diese Stadt komplett einnimmt. Aber eben, es ist eine sehr schwierige Situation eben für die ukrainische Armee. Und aufgrund dessen, dass es eben noch Monate dauert, wenn man sich in der Stadt weiter vorbewegt. Wir können nochmal zeigen, wo das eben war. Nämlich ungefähr hier im Süden der Stadt. Genau deshalb versucht Russland eben, wie wir schon öfter gesagt haben, diesen Kessel zu schließen um Bachmut herum. Das heißt, dieses urbane Zentrum, was wir gerade gesehen haben, einzuschließen, damit die Ukrainer sich eben zurückziehen. Weil sie eben nicht mehr ihre Truppen, ihre 5.000 bis 10.000 Mann, sagt man, in Bachmut versorgen können. Das ist der russische Plan. Wie gesagt, die Ukraine tut alles dagegen, oder alles dafür, dass das nicht eintritt und dass das nicht passiert. Wir wollen aber nicht nur nach Bachmut gucken, sondern heute auch noch einmal nach Wuleda. In Wuleda ist es so, wir sehen das eine Stadt hier im Süden der Front, auch in der Region Donetsk, ist es so, dass die Russen auch versuchen, hier vorzudringen. Und zwar ganz anders als in Bachmut. Denn während wir in Bachmut hier eben die Wagner-Truppen haben, die versuchen, mit einer Art menschlicher Wellen oder Wellen von Soldaten immer weiter vorzudringen, fast ohne Panzer, fast nur mit leichten Waffen, ist es in Wuleda, die 155. Marineinfanterbrigade, bzw. die 155. Panzerbrigade der russischen Armee, die eben mit all ihren Panzern, mit all ihrem schweren Gerät versucht vorzudringen. Und das eben ohne jeden Erfolg seit Wochen. Wir haben jetzt einmal diese Aufnahmen hier aus Wuleda. Und wir können das einfach mal ansehen aus einer ukrainischen Drohnensicht, wie dort die Situation ist. Denn was wir hier haben, sind alles zerstörte, kaputte, bewegungsunfähige russische Panzer und Schützenpanzer. Hier haben wir jemanden, der gerade gucken wollte, was da los ist. Wir sehen hier, also man kann es sich kaum vorstellen, wir sehen hier wirklich verschiedene Hauptkampfpanzer. Hier ist noch einer und hier sehen wir dann die Schützenpanzer vom Typ BMP-2 und BMP-3. Und wir sehen tatsächlich, wie dort überall Leute rauskrabbeln. Das heißt, das sind alles Panzer, die vollkommen zerstört wurden, von Minen zerstört wurden. Und immer weiter, ja, obwohl das passiert, schickt die russische Armee immer mehr Schützenpanzer, Panzer dahin. Und wir sehen es jetzt hier, ein weiterer soll zur Unterstützung kommen. Aber auch der schafft es nicht wirklich weit, sondern hier fährt er auf eine Mine, wird zerstört. Und das Wrack oder beziehungsweise der Schützenpanzer fährt dann unkontrolliert auf die anderen Wracks zu. Das ist eine Situation, die man sich wirklich kaum vorstellen kann. Aber wir können uns das nochmal ansehen, was hier passiert. Nämlich, das ist nicht unbedingt tödlich für die Leute dort drin, so eine Mine. Weil ja natürlich auch ein gewisser Schutz da ist. Das heißt, wir sehen jetzt hier, wie noch in der Fahrt die russischen Soldaten runterspringen, wie die rauskommen aus ihrem Schützenpanzer und wie sie denn dort ja quasi verletzt oder weniger verletzt dort ja einfach versacken bleiben. Und dafür haben wir jetzt erstmals einen Videobeweis, nämlich von russischen Soldaten, genau von dort, die sich selbst gefilmt haben mit ihrem Handy, nachdem sie eben dort auf eine Mine gefahren sind. Und das können wir uns jetzt mal ansehen. Und es sind tatsächlich unfassbare Aufnahmen. Das hier also, der Panzerkommandeur, eines dieser Panzer, wir sehen, dass er ja auch Verletzungen hat, verschiedene im Gesicht. Und wir sehen jetzt, was er hier sagt. Also ich bin in einem Krater und dieser Herr, dieser Mann hier ist von einer anderen Panzerbesatzung und der liegt hier schon zwei Tage, sagt er. Zwei Tage liegt er da schon. Und er bewegt sich hier nicht mehr. Und vor allem, wenn wir uns mal ansehen, was er hier unten hat, das nennt man Tourniquet. Das ist eine Abbindung einer kritischen Wunde. Das heißt, er hat offenbar eine kritische Blutung gehabt in seinem linken Bein. Die wurde abgebunden vor zwei Tagen. Und selbst wenn der noch gerettet werden sollte, heißt das, dass sein Bein auf jeden Fall amputiert werden muss. Denn so ein Tourniquet geht etwa drei bis sechs Stunden. Danach muss es entfernt werden, weil sonst eben die Blutversorgung des Beines, des betroffenen Beines, dann hier sehr schlecht ist. Wir sehen uns das Ganze weiter an. Er zeigt jetzt, dass das da vorne seine Crew ist, die hier völlig schon am Husten ist. Die da liegt, auch verletzt ist offenbar. Das sind seine zwei Besatzungsmitglieder. Er ist der dritte. Und da vorne sagt er, das ist mein Panzer. Das ist unser Panzer, der da vorne brennt. Sie liegen hier erst seit 30 Minuten, sagt er. Seit 30 Minuten sind sie erst hier. Sagen auch noch öfter, ja, es lebe Russland und so weiter. Aber die Situation ist einfach unvorstellbar. Russland lässt also seine Panzerbesatzung dort hineinfahren in diese tödliche Falle und lässt sie einfach im Stich. Und wir sehen, dass diese Herren jetzt hier noch ganz, ganz gute Laune haben. Der raucht sogar noch eine. Wir sehen aber eben, dass andere Leute im gleichen Krater seit zwei Tagen liegen, nicht versorgt werden. Und ein ähnliches Schicksal droht hier natürlich auch dieser Panzerbesatzung aus drei russischen Soldaten. Das heißt, die russische Armee lässt ihre Panzer zu Hunderten. 130 Panzer sind in Wule da bisher auf diese Minen gefahren oder wurden von Arsillerie getroffen und wurden dort zurückgelassen. Lässt sie einfach dort. Und selbst wenn sie also den ersten Einschlag überleben und der Panzer dann hier ausbrennt und sie sich in einem Artillerie-Krater verstecken können, werden sie nicht gerettet. Das heißt, die einzige Chance, die sie haben, ist vielleicht bei Nacht oder wie auch immer zurückzurennen. Die zwei, drei, vier Kilometer zurück zur eigenen Position. Wenn das nicht passiert, ist das hier das Todesurteil für diese Besatzungen. Weil eben Russland ohne jeden Plan, ohne jede Nachhaltigkeit und ohne medizinische Versorgung seine Panzerbesatzung hier in den Tod schickt. Das ist also die Situation, die kritische Situation für die Russen. Wir wollen uns aber auch noch zwei Beispiele ansehen, wo es bei der Ukraine absolut hakt. Nämlich zum einen haben wir hier einen Konvoi von der Fremdenlegion der Ukraine. Das heißt, das ist auch eine Einheit der ukrainischen Armee. Es besteht aber zum größten Teil eben auch Ausländern, die hier freiwillig kämpfen, die aber mittlerweile eben in die Armee involviert wurden. Und was wir sehen ist, ja, ich würde es nennen ein Mad Max-Konvoi, denn es erinnert tatsächlich an diesen Film. Wir können uns das mal ansehen, in welchen Gefährten, in welchen seltsamen Fahrzeugen hier die fremden Legionäre fahren. Und jedes Fahrzeug in diesem Konvoi ist ein anderes Fahrzeug, was völlig unterschiedlich aussieht. Das hier offenbar, hier wird das Benzin transportiert für die Gruppe. Das war also gerade ein Jeep, jetzt haben wir einen anderen Jeep. Als nächstes haben wir tatsächlich ein ukrainisches gepanzertes Fahrzeug, ein echtes Fahrzeug, was eben für den Militärzweck gebaut wurde. Alle anderen Fahrzeuge, dahinter haben wir glaube ich einen VW-Bus oder ähnliches, sind einfach zivile Fahrzeuge, die in dem Moment einfach um, ja, um, ja, umbenannt, wie auch immer, also umfunktioniert wurden, um eben im Krieg zu taugen. Und da sieht man, wie unglaublich wichtig es für die Ukraine ist, dass sie eben neue gepanzerte Fahrzeuge bekommt. Meinetwegen mehr Dingo's aus Deutschland oder Transportpanzer Fuchs. Wir wissen, 50 Dingo's wurden geliefert, Fuchs null, obwohl wir 600 Stück davon haben, die wir liefern könnten. Aber sowas bräuchten die ukrainischen Soldaten, um sich eben geschützt vorwärts zu bewegen. Wir sehen stattdessen eine wilde Zusammensetzung bei dieser Einheit aus allen möglichen Fahrzeugen, die nichts Gutes vermuten lässt für die Sicherheit ihrer Fahrt. Und zum Schluss wollen wir uns ansehen, mit was die Ukraine teilweise kämpfen muss. Und das sind Aufnahmen, die man sich wirklich kaum vorstellen kann. Das hier ist ein Maschinengewehr DP-27. Und DP-27 steht tatsächlich für das Jahr, in dem dieses Maschinengewehr gebaut wurde. 1927. Das heißt, vor fast 100 Jahren wurde dieses Maschinengewehr in der Sowjetunion zum ersten Mal gebaut. Wurde dann im Zweiten Weltkrieg sehr oft benutzt, in den 30er und 40er Jahren. Und wurde bis 1961 zum letzten gebaut, dann wurde die Produktion eingestellt. Die Ukrainer bedienen hier tatsächlich dieses Gewehr. Und man kann das sich mal angucken, scherzhaft sprechen die Ukrainer hier von Kuchen. Denn die Munition ist hier gelagert in so einem kreisförmigen, so eine Art Kuchen, die man auf das Gewehr oben rauf setzt. Ja, Aufnahmen, die man vielleicht noch aus Historienfilmen kennt. Und da sehen wir, wie er die trägt. Da ist die Munition drin. Das wird auf das Gewehr rauf gemacht. Können wir es uns am Anfang nochmal angucken. Hier sehen wir sie auch. Also einmal hier unten und einmal da oben ist einer drauf gespannt. Da sind die Patronen drin, die verschossen werden. Das ist also knapp 100 Jahre alte Technik, mit der die Ukraine hier an der Front kämpfen muss, weil sie eben, ja, vom Westen unterstützt wird, aber eben noch lange nicht genug Gewehre auch bekommen hat, Maschinengewehre bekommen hat, um eben sämtliche ihrer Fronteinheiten damit auszustatten. Wir sehen also große Probleme, nicht bloß bei der Ukraine, sondern, und die sind fast noch tödlicher, auch bei der russischen Invasionsarmee.